Das sind drei konkrete Schritte, um dein Leben in den nächsten sechs bis zwölf Monaten komplett zu verändern. Schritt 1. Such dir einen Anti-Helden. Der erste Schritt ist, dass du wirklich mal brutal ehrlich zu dir selbst bist und dir Folgendes bewusst machst. Was passiert mit meinem Leben, wenn ich genauso weitermache wie bisher? Und ich sage dir jetzt schon mal, wenn du hier wirklich ehrlich bist und dir das Ganze ausmalst, dann ist das wahrscheinlich nicht schön. Es ist sogar gut möglich, dass es wirklich schmerzhaft ist. Aber das Ganze ist extrem wichtig. Denn schau mal, wenn du dein Leben ändern willst, dann raten dir die meisten Menschen dazu, dir ein Ziel zu setzen. Sagen auch, du brauchst eine Vision. Und dann machst du dir ein Vision Board und da packst du die ganzen schönen Bilder drauf und all den Dingen, die du dir wünschst. Und hey, per se ist das gut. Und letztendlich brauchst du ein Ziel oder du brauchst irgendwann auch eine größere Vision. Aber bevor du an diesen Punkt kommst, musst du dir erstmal wirklich das Negative ausmalen. Weil das Negative hat letztendlich viel mehr Power und kann dich viel mehr dazu antreiben, wirklich was zu verändern. Mach am besten Folgendes. Setz dich hin, sei brutal ehrlich und schreib all das auf, was in deinem Leben bisher falsch gelaufen ist. Und dieser Prozess sollte unangenehm sein oder sogar schmerzhaft. Und ganz wichtig, erlaube dir, diese negativen Gefühle zu spüren. Vielleicht bist du total enttäuscht. Vielleicht bist du wütend darauf, wütend über die Entscheidung, die du getroffen hast. Vielleicht bist du einfach total traurig darüber, wie dein Leben jetzt gerade aussieht. Vielleicht fühlst du dich als ein kompletter Loser. Aber lass diese Gefühle zu. Denn wir neigen dazu, unsere negativen Gefühle zu unterdrücken und uns dann zu betäuben mit Social Media, Videospielen, Shoppen, Pornos, was auch immer. Aber negative Gefühle per se sind nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, sie sind ein super Antrieb, wenn wir sie nutzen, um unser Leben wirklich zu verändern. Das ist wie Benzin, um wirklich voranzukommen. Das heißt, mach dir mal bewusst, was in deinem Leben alles schief läuft und was du nicht mehr willst. Und was dir hierbei enorm helfen kann, ist, dir einen Anti-Helden zu suchen. Das heißt, vielleicht kennst du jemanden in seinen 50ern oder 60ern und denkst dir nur, fuck, ich will auf gar keinen Fall irgendwann mal so sein. Ja, diese Person ist vielleicht verbittert, sie ist pleite, sie ist einsam, sie hat keinen tiefen Sinn im Leben. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, hast du, ist dein Onkel Klaus so oder deine Tante Sabine, ja. Das heißt, such dir mal einen Anti-Helden und mal dir mal wirklich aus, fuck, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, dann bin ich in 10, 20 oder 30 Jahren so wie dieser Mensch. Und so möchte ich auf gar keinen Fall sein. Und dir das wirklich bewusst zu machen, ist extrem wichtig, denn eines der größten Probleme, wenn wir versuchen, unser Leben zu verändern, ist, dass unser Verstand sehr schlecht verstehen kann, wie unsere jetzigen Handlungen unsere Zukunft beeinflussen werden. Ich meine, wenn ich jetzt heute einen Burger esse, dann sehe ich morgen mehr oder weniger genauso aus. Wenn ich heute den ganzen Tag prokrastiniere und nicht an meinem Business arbeite, dann hat es morgen auch kaum negative Konsequenzen. Aber wenn ich jetzt die nächsten 6 Monate jeden Tag Burger esse oder jeden Tag prokrastiniere, dann hat es negative Konsequenzen. Wenn ich es die nächsten 10 Jahre mache, geht mein Leben sprichwörtlich den Bach runter. Unser Verstand will einfach immer die sofortige Belohnung. Wir wollen uns jetzt sofort gut fühlen. Und deshalb ist es so enorm wichtig, dass du dir einen Anti-Helden suchst und dir immer wieder bewusst machst, fuck, wenn ich genauso weitermache wie bisher, dann bin ich in 10 Jahren dick, pleite, arm, verbittert, einsam und mein Leben ist einfach nur scheiße. Schritt 2. Stell dich deinem größten Drachen. Sehr wahrscheinlich gibt es in deinem Leben momentan diese eine Sache, die dich am meisten zurückhält. Vielleicht bist du außer Form, vielleicht zockst du viel zu viel, vielleicht hängst du mit Freunden ab, die dir einfach nicht gut tun. Vielleicht willst du seit Monaten im Business starten, aber findest immer wieder Ausreden. Und diese eine Sache, die dich momentan am meisten zurückhält, das ist dein größter Drache. Und schau, dass du dich in den nächsten Wochen und Monaten nur darauf fokussierst, diesen einen Drachen zu besiegen. Das Problem ist nämlich ganz oft, dass wir versuchen, viel zu viele Dinge auf einmal zu verändern. Wir nehmen uns vor, früher aufzustehen, mehr Sport zu machen, gesünder zu essen, mehr zu lesen und irgendwie noch nebenher ein Business zu starten. Und dann sind wir eine Woche oder zwei Wochen super motiviert und dann am Ende machen wir einfach gar nichts und verfallen wieder in die alten Muster. Konzentrier dich also wirklich darauf, diesen einen großen Drachen zu besiegen. Versuche diese eine Sache, die dich momentan am meisten zurückhält, wirklich aus deinem Leben zu eliminieren. Und wenn du dich von gewissen Menschen trennen musst, dann trenn dich von diesen Menschen. Wenn du deinen Gaming-Computer aus dem Haus schmeißen musst, dann mach das. Sei wirklich radikal konsequent mit dieser einen Sache, die dich momentan am meisten zurückhält. Denn du wirst sehen, du hast dadurch einfach so viel mehr Energie, so viel mehr Zeit und vor allem auch ein ganz neues Selbstbewusstsein. Und dadurch wird es dir viel leichter fallen, die nächsten großen Veränderungen anzugehen. Schritt 3. Meister eine Gewohnheit. Erfolg, ganz egal in welchem Lebensbereich, basiert zu 90% immer wieder darauf, dass wir die gleichen simplen Grundlagen wiederholen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, aber irgendwie das klingt total langweilig, Grundlagen und Routine und immer wieder das Gleiche tun. Ich will eigentlich nur frei sein und ein geiles Leben haben. Und das kann ich komplett verstehen. Aber das Paradoxe ist, wenn du ein paar gute, produktive Gewohnheiten entwickelst, wirst du dadurch letztendlich viel freier und erfolgreicher sein. Einer meiner Gewohnheiten ist es zum Beispiel, jeden Vormittag wirklich Deep Work zu machen. Das heißt, ich arbeite jetzt nicht sieben oder acht Stunden am Tag, aber halt wirklich zwei, drei Stunden superproduktiv. Und das hat es mir erlaubt, in den letzten Jahren ein siebenstelliges Online-Business aufzubauen, während ich um die Welt gereist bin und weniger gearbeitet habe als die meisten Menschen. Das heißt, diese eine Gewohnheit hat dazu geführt, dass ich viel mehr Freiheit habe. Genauso ist es mit dem Gym. Ich gehe seit 15 Jahren trainieren. Und klar, ich esse auch mal Junkfood oder gehe mal feiern und trinke zu viel. Aber das ist ganz egal, weil ich weiß einfach, dass ich drei bis viermal die Woche ins Gym gehen werde. Das ist einfach in meinem System mittlerweile drin. Und dadurch bin ich einfach relativ fit und durchtrainiert und habe viel Energie. Klar, ich bin jetzt kein Fitnessmodel oder sowas. Darum geht es mir auch gar nicht, aber ich fühle mich meinem Körper wirklich wohl und bin fit. Du brauchst letztendlich nur zwei bis drei Gewohnheiten, um dein Leben wirklich komplett zu transformieren. Und wenn du diese zwei, drei Gewohnheiten immer wieder machst, über Jahre hinweg, wirst du extrem viel Erfolg haben im Bereich Fitness, im Bereich Business oder ganz egal, bei welchem Ziel dir persönlich wichtig ist. Und das super Interessante ist auch, dass es sowas wie Schlüsselgewohnheiten gibt. Das heißt, es gibt viele psychologische Studien, die gezeigt haben, dass oft eine Schlüsselgewohnheit dazu führt, dass wir viele weitere positive Gewohnheiten entwickeln. Mal als Beispiel. Nehmen wir es mal an, du sagst, ich gehe jetzt drei bis viermal die Woche ins Gym trainieren. Und du machst das zu einer Gewohnheit. Das wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass du dich auch gesünder ernährst. Vielleicht wirst du auch früher ins Bett gehen. Du wirst generell einen gesünderen Lebensstil haben. Dadurch hast du mehr Energie, mehr Zeit, bekommst ganz neues Selbstbewusstsein. Das wiederum führt vielleicht dazu, dass du sagst, hey, ich möchte mein eigenes Business starten. Und so weiter und so weiter. Je mehr gute Gewohnheiten du aufbaust, desto mehr Erfolge wirst du sehen. Und je mehr Erfolge du hast, desto mehr Selbstbewusstsein und Motivation wirst du haben. Du kommst also in eine Aufwärtsspirale. Und wenn du einmal in dieser Aufwärtsspirale drin bist, dann ist es relativ einfach, da drin zu bleiben, weil du einfach viel Momentum aufgebaut hast. So, und was du jetzt machen kannst, ist, schreib dir diese drei Schritte von diesem Video auf. Oder wenn du möchtest, schau dir auch dieses Video von mir an. Darum erfährst du drei Dinge, die du nicht tun darfst, wenn du in Zukunft mehr Geld verdienen willst und dir einfach generell mehr Erfolg wünschst.